Wollen wir wieder hinten runter oder willst du das erstmal begrenzen? Ne, 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 ne. Lassen wir ihn so laufen wie eben. Okay. Also irgendwas stimmt mit meinem Internet nicht, glaube ich. Wieso? Was ist los? Na ja, er ruckelt so ein bisschen, irgendwie so zäh. Ach so? Läuft nicht flüssig bei mir. Aber oben PING wird nicht angezeigt, irgendwas? Ne, 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 wird nichts angezeigt. Aber ich merke das, diese Bewegung, weißt du? Oh, oh, oh. Ne, hinten kann ich nichts entdecken. Ne, hinten kann ich auch alles nehmen, alsoFLN bekommen zumôn. Au Maybellawint. Leiperskäfer sind noch nicht gespawnt. Jetzt aufpassen, ob das wieder so ein Schlumpf da oben steht. Da steht ein Skeft dahinten. Hinten links an der Ecke vom Gerüst, also von der... Ich bin auf der anderen Mauerseite, ne? Hier läuft auch noch ein Skeft. Wo? Achso, du bist drüben? Auf der Straße zum Durchbruch, wo wir gerade hergekommen sind. Der hat einen Pilgrim auf. Der ist durchgerannt. Achso, auf der anderen Seite. Oh, da ganz hinten ist auch noch einer am Kiosk. Ja, ja. Links am Kiosk. Da brauchst du nur noch warten. Der mit den Pilgrimern wird gleich auch hier angedackelt. Kommt, schätze ich. Achso, ich dachte, er ist schon reingerannt hier. Durch das Metalltron. Ne, ne. Hier ist die Straße entlang gerannt. Achso. Ja, normal kommt der jetzt gleich angewatschelt. Wenn sie sehen, dass hier ein Bruder von ihnen totgeschossen hat. Sind sie nochmal in die Gitarre? Ja, er kommt auch. Hast du was gehört? Ne. Doch, ich hab was gehört. Von wo kommt der? Ja. Von links. Von der Baracke, da ist sie irgendwo. An der Baracke. Da, wo die eine Jacke drin ist. Aha. Wollen wir da mal hingehen? Ja. Ja. Warte, du willst mich verkackt eieren. Warte, du willst mich verkackt eieren. Warte, hier kommt ein Spieler, glaube ich. Achtung, hier kommt was gerannt. Hm. Der steht direkt rechts um die Ecke. Warte, hier kommt ein Spieler, glaube ich. Der kommt von, von, vom Tower. also weitergerannt also der steht direkt am durchbruch der typ der skr für den hier stapft den spieler rum der muss sich gehen pass auf das spiel alter was war das weiß ich nicht ich bin tot ach so mit dem mc wahrscheinlich kopfschuss an granate an dem durchruft bin ich links genau der da an 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 Sonst geht Da liegt doch der Klaus. Genau. Soll ich deine Waffe wegschmeißen? Ja, ja, schmack mal weg. Soll ich deine Waffe wegschmeißen? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020